Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem zweiten Traffic Rider Video hier auf diesem Kanal. Heute werde ich natürlich wieder mit meinem Roller fahren. So eine Einstellung hier. Und dann habe ich hier aber schon. Gut, wir können hier, können wir upgraden? Ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal Handling. Das Video kennen wir wahrscheinlich schon aus der letzten Folge von Traffic Rider. So. Ich würde sagen, wir machen einmal Karriere. Erreiche das Ziel rechtzeitig für 1000 Dollar. Das hier um 20 Sekunden früher beenden. Ein... Ich habe eine Ahnung, was schon ist los. Einmal ein bisschen raus. Einmal ein bisschen. Danke, dass du... Ich bin zufrieden, weil du jetzt mit unserem Roller... Los kann anfahren. Los kann anfahren. Was ist denn mit einem Schlick? Ja. Und... Das war ja richtig knapp. Ja. Oh oh, die Zeit wird aber knapp, Leute. Sie können... Das heißt, wir müssen uns beeilen, aber kein Uncrashen. Ja. 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 Ich kann nicht so rasen, wie ich will. Was passiert jetzt, wenn ich so flach fahre? Dann bekomme ich extra Zeit. Ach, das ist ja geil. So, jetzt habe ich Missionen geschafft. Ah, Level 5 erreicht. Und ein neues Bike. Das können wir uns mal ansehen. 6000 Meter. Das ist viel zu teuer. War nicht dieses Cosmo-Torat für 3500 Dollar. Nee, das ist auch zu viel. Wir sparen einfach mal. Und endlos. Ach, Wüste. Können wir noch nicht. So, hier wieder schön Gas geben. Wenn man hier einmal hinfällt, ist man gleich raus, Leute. Müsst ihr euch merken. So, jetzt schieben wir einfach vorbei. Und dann schieben wir noch weiter. Müsst ihr euch. Ziemlich flach unterwegs sind. Was passiert eigentlich, wenn man einfach nur stehen bleibt? Kriegt man denn auch Pokal? Die kriegt man nicht. Aber man bekommt Kilometer dazu. Das heißt, es müsste doch irgendwie so sein, dass man denn unendlich Geld machen kann. Man muss nichts machen. Das ist so komisch. Kann man da jemanden machen, Fisch? Nee, eigentlich nicht. Ist ja nice, Leute. Aber wir gehen jetzt ja wieder Gas. Sonst machen wir auch keine Trophäen mehr hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So, muss man den Ruderflag beschleunigen. Ach, der ist ja frei. Ach so. Jetzt bloß kein Unsinn machen. Grämsen, Grämsen, Grämsen. Grämsen muss ich auf jeden Fall noch abreden. Wir sind immer noch ziemlich schlecht. So, der Traffic Rider Ken schreibt es in die Kommentare. Äh, oh, oh, oh. Ich habe jetzt hier mein zweites Video von Traffic Riders. Was? Was man hier schon beschleunigen kann. So. Ach, hier können wir durch. Können wir durch. Ja. Oh, oh. Das wird mir erst schon gar nicht knapp. Ich dachte schon. Erstmal hier wieder schön raufbeschleunigen. Können wir nicht durch. Machen wir immer so Lücken. Und manchmal kommt man da halt nicht durch. Was ist denn immer das dumme Leute? So. Oh, schon überhoben. Oh, okay. Was für ein paar. Welt oder was ist das? Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Also ich kann mir nicht so gut ausmachen. Freifelgriner. Brawl Stars schon eher. Und mit den neuen Brawlern und Brawl Stars. Hast du ja auch heute gesehen? Nicht so. So. Lass mal hier wieder schön raufbeschleunigen. Und drinnen. Hohe Geschwindigkeit. Ach, da kriegen wir auch Bonussekunden, Leute. Das ist ja geil. Hier noch schnell durch. Perfekt. So. Und den roten Wagen schon. Oh. Gebremst. Ach, wenn man über 100 kmh ist, ist man wahrscheinlich hohe Geschwindigkeit. Ja. Oh, das war knapper. Und am Anfang beim Tutorial haben wir doch auch gesagt, wenn man über 100 kmh ist, kann man ja Zeit machen, wenn man da überholt. Ja, jetzt bin ich hingefallen. Fortfahren. Ich drück einfach mal wieder Fortfahren, Leute. Ich fahre jetzt nicht klar. Man kann einfach mal spielen. Ja. Ja. Ich habe nämlich so lange diese Müssen gesammelt. Ich frage mich, wo man die Puppe. Hm. So, dann können wir abbiegen, ja auch. Und Fungelgrider brauchen die aber auch immer lange, um abzubiegen, hier. Die Spurwechsel. Ich fahre einfach so her und... ...schau rüber. Aber die müssen wir erstmal... ... eine Stunde machen, um die mit ihm gehen kann. Pfff. Pfff. Oh. Warum waren die Bremsen so schlecht? Hä? Ich habe doch voll Bremse durchgedrückt. Was war das denn? Komisch. So. Ich muss mal schnell hochbeschweinigen mit dem Power hier. Schöne verderben. Und jetzt sind wir 115 kmh. So, dann überholen. Und jetzt sind wir... Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder am Ende von der Runde, da kriegt man ja immer so Geld und da steht auch, man kriegt, wenn man überholt Geld, jetzt weiß ich wieder Leute. Die Bremse muss ich echt upgraden, ich habe schon wieder Vollbremse durchgedrückt und der Brems, der hält nicht an, der Brems war aber, der braucht so lange, um anzuhalten. Beim Stoppschilder wäre er locker rüber, nichts mit 3 Sekunden warten, das wäre immer nur doof. So, wir sind jetzt hier schon Level 5. Leute, ich würde sagen, das soll es mit dem Video von Traffic Rider gewesen sein. Ciao, euer Kakashi.